So, Kollege Kopperchen. Hast du deinen Schuh noch an? Zeig mal. Ja, komm her, einmal aussteigen. Oh, der Schuh ist noch schultert, toll dran. Sehr gut, sehr gut. So, mein Schnupprutz. Achtung. So, ich kann nicht einsteigen. So, guck dich erstmal um. Guck mal, da ist was gekommen. Ein Beisitz. Ein Beisitz mit lustigem Schuh. Toll machst du, jawoll. So ist klasse. So, einmal kurz akklimatisieren und dann gucken wir gleich mal, ob du noch ein kleines Abendbrot möchtest, ne? Mhm. Hast du auch was? Oh, okay, okay, okay. Du brauchst gar nicht nur in der Wanne zu sitzen. Ich sehe schon. Gut. Mal gucken, wie weit du heute Abend noch kommst. Ich glaube, du brauchst da wahrscheinlich einen dickeren Ast. Wir gucken erstmal, ne? Du zeigst mir, was so geht und dann baue ich. Gut. Kurz akklimatisieren, dann gibt es noch einen Snack. Bis gleich. Nicht dein Ernst, oder? Erste Maßnahme ist Füße waschen. Der Plan war klitzelbisschen anders. Ja, klitzelbisschen. Prima, mach dich das. Der Plan war klitzelbisschen, das ist. Und jetzt kommt es noch ein bisschen weiter.